Hallo, ich bin Maria. Ich habe vor zwei Monaten, also bis jetzt Mitte Juli, das Coaching bei Patricia gemacht. Und ich freue mich, dass ich mich entschlossen habe, das zu tun, weil ich habe zwei super spannende Monate gehabt, die jetzt halt, ja, jetzt ist es noch spannender als vorher. Ich bin eigentlich angefangen, weil ich mich in so einer Stagnation gefühlt habe, persönlich. Beruflich war alles okay, das lief alles, war ich guter Dinge. Nur persönlich ging das irgendwie nicht voran und ich fühlte mich nicht so richtig, als wenn ich mich bewegen würde. Und habe so gesucht und geguckt, bin auf Patricia im Netz gestoßen, habe sie gefunden und habe mich also fix entschlossen, das Coaching zu machen. Ja, und ich habe eine schöne Zeit gehabt. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt. Jeden Tag habe ich ein Video, ein kurzes Video gemacht, wie es mir geht, wo ich stehe, was ich erlebt habe, wie es sich anfühlt. Am liebsten habe ich das hier gemacht, auf diesem schönen Platz hier in meiner Nähe. Und habe das genossen, einmal die Woche, Coaching, also insgesamt achtmal für anderthalb Stunden. Und das war so, dass ich, ich habe mich jedes Mal darauf gefreut. Ich habe diese Zeit genossen, die ist wie im Fluge vergangen. Und die Art, wie sie, wie Patricia ihr Coaching macht, ist liebevoll. Ich habe mich liebevoll provoziert gefühlt. Und ich bin von ihr auf, mit der Nase geschubst worden auf Sachen, wo ich noch nicht hingeguckt hatte. Also sie hat wunderschön in Bildern und Vergleichen gesprochen. Und das ist bei mir halt sehr eindringlich auch hängen geblieben. Ich erinnere mich an eins, das war für mich wie so ein Booster, wo sie mich gefragt hat oder gesagt hat, nun stell dir mal vor, Maria, weil mein Ding ist, ich alleine, alles ist relativ easy going, aber wo ist jetzt der Mann und wo ist die Partnerschaft? Und dann sagt sie, nun stell dir vor, du wärst in einer dich unterstützenden, liebevollen, wunderbaren Beziehung. Wie würdest du dich fühlen? Und ich gehe nach innen, ich frage mich, wie würde ich mich fühlen? Und ich habe so ein wahnsinnig besonderes, tolles Gefühl gehabt. Ich habe mich so erhaben, erhoben, auserkoren, geliftet, gefühlt, also wie so ein Booster. Ich fühlte mich wie eine Königin und ich fühle mich jetzt wie eine Königin. Und diese Gefühle und es waren auch so andere Anreize, die haben mir immer wieder einen Kick gegeben. Und toll war auch, dass ich die Videos immer wieder anschauen konnte. Und das Gespräch ist das eine, die Videos, das Coaching nochmal zu reflektieren und nochmal zu hören und wahrzunehmen, welche tiefe Essenz in den Worten ist, war phänomenal. Und ja, ich mache weiter. Ich habe wieder ein Stück, ich bin wieder in der Spur, so fühle ich mich auch, ich bin klar und traue mich Dinge, die ich vor nie getan habe, wie dieses Video. Habe ich noch nie gemacht. Ich zeige euch mich und freue mich, dass ich jetzt das Testimonial für mein schönes Coaching bei Patricia in diesen Bildern hier dokumentieren kann. Ja, habe ich was vergessen, was ich erzählen wollte? Weiß ich nicht. Ich gucke mal eben auf den Spickzettel. Den habe ich mir nämlich auch noch gemacht. Ne, alles gut. Also eins muss ich euch noch erzählen, was wunderbar war. Ich habe jetzt eine Dreiecksbeziehung. Das war Patricias Idee. Maria, Dreiecksbeziehung. Das ist was Tolles. Maria, die Königin, dann die göttliche Unendlichkeit und Intelligenz und Schatzi, mein zukünftiger, mein Mann an meiner Seite. Ich spüre ihn schon. Wir sind im Trio und es macht riesigen Spaß. Also ich sage Tschüss, den einen, die eine werde ich bestimmt bald treffen. Also Tschüssi.